hieber gekippt das ist das Wunder von Statt Prozent 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 das kann ich lieber Kretel auch in Türen ist ein Ort auch zu tun ist Prozent nicht du das soll zwei gehen ich bin gleich eh tot er ist ja ich bin da noch 18 Sekunden ist ein Block auch weil hier ist ein böser Typ und er wird nicht gleich schlagen Er sieht aus wie Herobrine und andere LOL, schreib mal Penis in den Chat Ich lenke ihn so lang ab, solange ich disconnecte Ich frage ihn, wie es ihm geht Weg bin ich Okay, schreib mal Penis Ja, das wird schon immer Oh, jetzt machen es alle Hey Mann Okay, ich bin auf Hey, ich bin drauf, ich bin drauf, ich lebe noch LOL Bist du jetzt bei US3, ja, China ist auch, okay Ich bin fast tot Wo bist du? Ja, ich bin auch fast tot So, ich bin tot Wo bist du? Wir haben doch eine Keilerei gemacht Wo bist du? Ja, ich bin disconnected, wo bist du jetzt, Racer-Server US3 Ah, fick dich, da war ich gerade und hab den Typen gefragt, wie es jetzt geht Oh, ist einer da Ach, das bist du Das Keilerei Oh, ich habe Zombies, ich habe Zombies, ich habe Zombies Keilerei? Er war 15 Au See you soon Oh shit Hier oben ist eh nix Bei Hex, oder? Das ist ne Hexe Ah Ja toll Wo soll ich denn? Pardon, was? Spawn Ja, 32, ich treffe uns gleich Ich bin auch gleich da Streich Niemals, kriegst du mich Okay Was, Halter? So Die neuste Ah, Halter ist dabei Meinen Sie, Spawn 32, Pascal, okay? Ja, bin ich schon Ich auch Ich habe keine Axt mehr, wie Assi Da legen ich nicht mehr im Wasser 1.5.1 Du schwebt bei mir Ich habe auf Update einfach nur geklickt Ja, einfach Update heute Immer noch Seit Seit wann am Wasser? Seit wann? Achso Hä? Ich stehe dir bei Was? Hacker Ich habe es groß geschrieben Hier darf man das, gell? Aber in der Lobby sind kleine Kinder Ja, stimmt Ah, ich glaube, wir sind mit einem Kami Frag mich, wieso Kami ist irgendwie ne geile Stadt Findet er Ich mag Kami nicht Ich Kami Oh Junge, da krieg ich eine Eine? Da krieg ich Nasenbluten vor lauter So wie der bei Japanischen Lampen Bei der Fiktion Das war schnell zum Oh, oder hinten Ne, die Kiste ist auch nicht da Oh, die haben alle Kisten ges... Ernsthaft Nervt Geil, sie rein Hammer geil Ich habe fünf Pfeile Hättest du es glauben können Ich habe fünf Pfeile Jetzt wollen wir noch einen Bogen, Pascal Mal waschen rum im Haus, gell? Could you heal me? PayPal Oh, die Keilerei, ich hör sie doch Ich hör die Keilerei Wollen wir mitmachen? Nein Wieso? Bist du unten grad runtergegangen? Ja, ja So zivilgesprach Warst du gestorben? Ja, das war ja die Keilerei Aber egal, geh hin Wisst ihr, nein, ich geh da nicht hin Der kalt noch nicht Ja, holen die doch... Oh Junge, was ist ja alles... Oh Junge, wieso? Was hab ich gerade an uns aufgesehen? Ach, ich hab Pilze Wir kennen noch andere Leute, die Pilze haben Aber die haben sie auch nicht in Minecraft Du bist einer von ihnen Lüge doch nicht Ich bin der sauberste von allen Der sauberste von allen Du hast Smack mal Oh ja, das hast du Oh, siehst du, ob da? Nicht zu wenig Ich hab das Ich hab das Ich hab das bei den Gläsern Und dann verkauf ich es als Frischte Käse Potenzmittel Was? Ja Oh, ich hab ein Steinschwert und ne Granate Ich extrahiert auch manchmal in NR32 Ja Hammergeil Kannst du so ob noch oder sind die Tag schon bei dir abgelaufen? Dann hat Heiter nicht kleine Tage Ja, ich hab's in den Ja, ich kann's noch Schatten ne, präischweiler Alors ich hab' ich noch ein, blut Ja, gar nicht mehr, oder? Ah, doch noch 200 Tage Aber manchmal Ja, nur ein Wilmer Wie? Wie? Schreiben eigentlich den Furzton? Das geht doch nicht, oder? Pff, wie macht man das? Ja ja nicht so auf dem Rest diesmal wir sind nach Kami das heißt links an ich glaub so wo bist du kleiner ähh bei in 4 das soll sein am Ende ja das ist keine neue Sprache hier liegen Melonen die ich nicht aussammeln kann ich hab auch zwei riesen Melonen unten hängen ja unten ja am Arsch hahaha du meinst du jetzt oben oder war es hallo ich bitte dich was kann hast du gerade einen Zombie-Roll untergeschlagen ja da will ne Keilerei ich hab nen Bogen aber geil ich komm auch auf zu dir oder oh komm ich hab hab ich ihn gef... nein der Schneeball ist weg ich hab ne Schabbel ich hab einen ich hab hä was ist das denn heute ich hab ich bin hinter dir ne ich bin nur oh hallo wo seid ihr denn ich seh euch gar nicht ich lauf ja alleine rum äh ich habe hat jemand zufällig einen Knopf gefunden ne ich hab aber Pfeile hattest du nicht nen Bogen hinter mir ist einer soll ich den snacken äh soll ich dir helfen ja wo bist du komm her bist du beim Kran ja warum soll ich du fragst mich wo ich bin ich müsste hier kommen hier komm hier ist einer hier ist eine was kann hier hinten der guckt grad zu wir haben Luxus Lenk los 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 du von der einen Seite zu ich schieß ihn ab das war mal der letzte scheiß lol hallo lol ich hab den nicht einmal getroffen jetzt gibt's jetzt gibt's jetzt gibt's ich bin gleich tot ich hab ihn ich hab ihn Dach ist nah hui loot ich komm hier in 19 Sekunden wieder ich schwör schon wieder? ist ja der Hammer so lange kann ich noch einmal auf Jumbo wo denn heute am ja dann komm hier mit hoch hier oben kommt eh nix heute am alright ok oh Eiseschwert Hammer geil aber geil da bist du fort nein das hab ich nicht gesagt oh ja die Enderpearl die auch äh dieses Enderei was jeder braucht beim Einsäge oh ja man richtig geil das liegt immer im Wasser ähm Achtung ach das war ich bald das war ich nicht yeah yeah here we going oh ja jetzt gibt's ne Keilerei bevor ich oh ja der schlägt mich schon ich bin schon gleich wieder tot ne ne wo bist du doch der hat sich zu mir gelegt und hat mich dann ge- soll wir den retten? ne soll er mit der Reit hauen ich komme zu dir aber ich hab nur noch 1 2 3 4 6 Herzen wir schaffen das Pascal gemeinsam unsere Liebe ist stärker meine Liebe zu Schinken ist stärker oh zu Pommerschinken ich bin durch ne Tür gerade nicht gekommen ich spiel den Tür da siehst du so was für ein Tier auf Drogen du bist nein das sind nicht die Drogen das sind meine starken ausgeträgten Alter mir ist dick kalt huuuuuh schieb dir ne Heizung in den Arsch oh ja man oh ich kann die Mann machen apropos Heizung ne Heizung in den Arsch decken oh ja hey ist ja eklig ich hab nur noch zwei Herzen weil mir noch ein Zombie ins Gesicht geschlagen hat ach Zombies ich dachte hat mich vielleicht Heitern geschlagen also ihr müsst euch vorstellen Heiter ist einer der Haut einfach mal auf alle drauf ich glaube schon achtmal wegen Heiter gestorben in einem Kampf egal egal Yolo Pickett die braucht man auch für alles oh ja du brauchst wirklich du brauchst du bist du du bist nüchertig ich hatte doch eh ein aber jetzt hab ich noch ein wir haben uns doch alle lieb ich habe für dich was gehalten bisschen Rüstung und Heiter für dich auch komm ich ich bin jetzt ein geiler zwei Herzen nicht was kann mich heilen ja immer oh ja nein ja ich bin Helder Pascal diesen Brustpanzer diesen Schuhe jetzt auch mein Brustpanzer ist keine Hose jetzt eine Schaufel wieder und wenn ich dann nehme ich ein Super Sondi wir sind feiler was was gerade arbeiten wir eh nicht richtig oder was arbeiten eh nicht richtig naja wir machen eh nur scheiße gerade Goldnarmer ich bin dann wie ein Goldmember ich bin dann wie ein hier hast du noch was hab ich juckst oh jetzt hab ich mich aufgekratzt oh Junge oh ich kann dir auch gleich mal was aus oh oh geil meine Kimmer oder meine Ritten meine Muffe ja doch kurz aus deiner Arschkerbe ja dann wird's wieder Zeit kennst du das wenn da sowas ja man kriegt die aufs Maul hi Tam mhm alles gut bei dir mhm ich gehe angeln hey das wäre saugeil wenn man den auch noch verwenden könnte als Angel wirklich schwer ich hab nen Knopf ne ne doch ich geh jetzt damit ich hab deinen Hirn wenn ich's überlebe oh wir hatten mal so ein geiles Texture Pack da hatten wir da ist ein Typ am Kran ach das bist du gell ja oh Junge das lädt bei mir warum lädt das bei mir nie das ist ja neu dann lädt das nicht na egal wir hatten mal so ein geiles Texture Pack drauf zu haben was Kai nicht selbst bearbeitet und also gemischt halbe halbe und so wieso hast du denn den Knopf platziert warum hat sie schon bitte ein Eisenschwert bum das Video da sieht man mal wie gu ...